Das Glück verhält sich wie die Liebe. Je mehr wir beide erzwingen wollen, desto geringer ist die Chance, das Erwünschte zu bekommen. Wer krampfhaft nach einem Liebespartner Ausschau hält, wer wie besessen sucht, statt sich finden zu lassen, wird keinen Erfolg haben. Ebenso verhält es sich mit dem Glück. Nur wer entspannt das Glück erwartet, zu dem wird es gerne kommen. Meiden hingegen wird es denjenigen, der ungeduldig und rastlos vermeintlichen Glücksmomenten hinterher rennt. Also erwarte in aller Ruhe heute deine Glücksmomente.